Hey Leute, was geht? Slow HD ist hier und so Ähm, und wir spielen jetzt einfach mal so aus Spaß eine Runde Slenderman Der Eif Page Äh, der Eif Page glaub ich, na egal Ähm, neben mir hockt ein guter Freund, der mir grad zuguckt und, ja Wir machen's einfach mal so lang, bis ich keinen Bock mehr hab Äh, aha Ja, die meisten kennen bestimmt schon Slenderman, deswegen ist nicht ein Weltwunder aber ist mir eigentlich egal Ich spiel das jetzt das zweite Mal Und ja Gucken wir mal, wie das so ist Hm, ich find die Hintergrundsgeräusche voll gruselig Du auch? Ja, ok Ähm Ja, ja Ich such mal die erste Seite Die müsste da vorne beim Bauen sein Das weiß ich noch Na, 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 na Oh, jetzt hab ich die Kamera rausgemacht Habt ihr Angst? Na, habt ihr Angst? Na, habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Na, das Lender ist hier irgendwo Schrauben? Schwarz So, suchen wir mal die Hä? Fail Ey, jetzt im Ernst, Alter Das war jetzt mal ein richtiger Fail Hä? Häh? Ja, dass die irgendwo anders sind, das weiß ich. Fick doch mal. Jetzt seh ich ja nicht mehr, wohin muss ich... Bin ich von hier gekommen? Ja, gell? Ja, guck. Okay, Leute, ihr seht, ich hab keine Ahnung über das Spiel. Ich weiß, wenn ich jetzt hier so entlanglaufe, dass irgendwann mein Auto kommt. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, ja, esst einfach meine Süßigkeiten. Oh, ein Zaun. Habt ihr Angst? Nein, ich weiß, dass ihr Angst habt. Nein, Spaß. Bin ich von hier gekommen? Oh, toll. Eieieiei, das Spiel ist echt ein Scheiß, ehrlich mal. Es gibt ja jetzt schon Slenderman 2, aber das kostet 8 Euro und ich hab keinen Bock, das dafür auszugeben. Na, habt ihr Angst? Ich weiß, dass ihr Angst habt. Spaß. Ja, okay. Ja, keiner hat Angst, weil ich noch gar keine Seite habe und noch gar keine... Ich weiß nicht mal, wo Slenderman ist, weil ich nicht weiß, wo ich bin, Alter. Alter. Also, da vorne muss jetzt gleich irgendwann mal eine kommen. Noch 230.000, ja. Ey, das ist so langweilig. Bin ich jetzt von dort gekommen? Toll. Ich glaube, ich muss hier hin landen. Ah, da vorne. Das ist bestimmt irgendwo eine. Hm? Ist da eine? Naja, mein Kollege meint... Na, der kennt das Spiel schon, natürlich. Das kennt jeder, Alter. Ich kenn's auch nur, ich hab's nie gespielt. Ich bin voll dumm da. Ich hab's einmal gespielt, dann komm ich bis zum vierten Blatt und dann hab ich gar keinen Bock mehr. Ah, da vorne ist, glaub ich, schon die Asche-Seite. Na, lesen wir erstmal, was da schön steht. Can't run, also ich kann nicht rennen. Oh, und jetzt hört ihr die Musik. Slender kommt, Slender. Jetzt lauf, lauf, lauf. Spaß, Mann. Oh, und da ist es schon die nächste schöne Falle. Ein Blockhaus. Was ich voll lustig finde, ich glaub, das war nur so zum Baden oder so immer. Oh, ein Stuhl. Nee. Ja, toll, wann kommt das? Hey, das kann doch nicht wahr sein, Wuschti. Ich schwöre, der hört sich an, obwohl er den Orgasmus hat, Alter. Wie der atmet. Oh! Wohin geht's? Scheiße, ich hab doch erst ein Blatt. Scheiße. Fuck, Alter. Warum ist er schon da? War ich hier eigentlich? Okay, ich zieh jetzt. Ist mir jetzt egal, Alter. Der ist da irgendwo, glaubst ich, geht da jetzt wieder zurück. Eben. Scheiße, Alter. Hab ich mich erschrocken, ey. Ich hab niemals gerechnet, dass er jetzt schon kommt. Scheiße. Scheiße. Gell, Alter. Ich hab's. Was du länger spielst, ist zu früher gekommen, dir. Mh, tsch. Scheiße. Ich hab nur immer davon gehört, dass er auch im Haus immer so um die Ecke auf einmal kommt, aber ich dachte doch nicht so früh. Alter. Und dann bin ich noch falsch weggerannt, gell. Ich bin fast bei ihm reingelaufen. Ehrlich? Ehrlich? Törm. Da vorne ist, glaub ich, da ist ein Glatt. Das Slendert, genau. Scheiße, Alter. Zieh mal ab hier. Ey, Leute. Was geht? Slow HD ist hier und so. Ähm. Und wir spielen jetzt einfach mal so aus Spaß eine Runde Slenderman. Der Eif Page. Ey, Leute. Was geht? Slow HD ist hier und so. Ähm. Und wir spielen jetzt einfach mal so aus Spaß eine Runde Slenderman. Der Eif Page. Ey, Leute. Ey, Leute. Ey, Leute.